Moit Lotte! Am heutigen Tag spiele ich zum ersten Mal Animal Crossing. Ich bin wahrscheinlich die letzte Person auf diesem Planeten, die dieses Spiel spielt, aber ich bin sehr gespannt. So, hier, Animal Crossing New Horizons, let's go. Oh, wähle einen Nutzer. Also, der ist mir doch wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist mein Zwilling. Ich habe zu dem Spiel auch wirklich gar nichts mitbekommen, abgesehen, dass jeder immer irgendwas mit Rübenpreise auf Twitter geschrieben hat. Reif für die Insel-Paket. Hoi! Guten Tag, tritt näher. Nur keine Scheu, nicht so schüchtern. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Denn du hast dich für Nukes reif für die Insel-Paket entschieden. Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freuden, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp und... Wir sind Nepp und Schlepp. Ja, danke, Nepp und Schlepp. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und Tor mit dir weiterrein... Hallo, ich bin Paluten und ich kann nicht lesen. Teil 2. So, ja, okay, zur Seite stehen. Aber genug der langen Einleitung. Du kannst dich... Ja, ich möchte auf die Insel. Ne, Mann. Ich sehe nicht aus wie die. Wieso? Wenn ich die Haare so nach unten machen würde. Ne, ich bin der... Der sieht überhaupt nicht creepy aus. Alles klar, dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Nordhalbkugel für dich finden. Ich nehme die hier unten, die sieht irgendwie cool aus. Ja, genau, die möchte ich. Gute Wahl, sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine... Nein, unsere neue Heimat... Was wollt ihr denn? Nachher habt ihr Flöhe. Oh, ist das meine Insel? Das sieht ja eigentlich ganz schick aus, ne? Ich bin wunderhübsch. Das ist ja echt schick hier. So, hallo, Nook. Sind wir vollzählig? Ich rufe mal besser alle auf. Pap-Opa-Me-Allo. Das ist die Ziege, glaube ich. Adrian und Palette. Heute fängt ihr euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Oh, ich muss mir einen Platz zum Wohnen suchen. Ich habe wahrscheinlich einfach die schlechteste Insel ausgewählt, die es gibt. Hier ist alles mit Wasser voll. Ich komme hier nicht raus. Na toll, ihr Ratten hilft auch nicht. Nein, die sind klasse. Ja, dann gehe ich halt hier ein bisschen am Strand oder was. Nee, aber ich will ja auch nicht, dass ihr Überschwemmungen nachher. Geht dann hier hinten. Weg von den ganzen Leuten. Hi. Mein Zelt steht da und ist diese einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Ah, Paluten. Hast du ein schönes Fleckchen für dein Zelt gefunden? Du bist der Erste, der zurück ist, also sind die anderen wohl noch auf der Suche. Nachdem du dich schon umgesehen hast, wüssten sie deine Hilfe sicher zu schätzen. Ja, ja. Pamela, was ist denn los? Guck an. Du hast ja auch schon Platz für dein Zelt gefunden, Heckmeck. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt. Aber die hat ja wohl einen gerade schlechten Tag. Da habe ich voll alte Baumschule in Stöckchen geschmissen. Klar, die Methode mag fragwürdig sein. Aber das Ergebnis zählt. Bin ich nicht genial, Heckmeck? Sag mal, hör doch auf mit deinem Heckmeck. Sag mal, du bist ja ganz bei mir dran. Na, Pamela. Das ist doch blöd. Nee, irgendwas passt nicht. Nee, das vergisst du auch. Vergiss das gleich mal wieder. Du kannst doch nicht direkt ja bei mir. Ich bin ja auf einer einsamen Insel und ich höre dich nachts schnarchen. Ja, ja, warte. Warte, ich suche dich. Boah, meinst du wirklich? Ja, ja. Ja, ja, wir haben uns doch eben erst kennengelernt. Ja, aber ich bin ein Ehrenmann. So, genau. Gib mir mal dein blödes Zell. Ja, ja, worauf wartest du, Gänseblühe? Ja, ja. Komm mal mit jetzt hier. Hier sind aber viele, viele Leckereien. So, hier. Schön an der Ecke. Zack. Hier errichten. Ja, passt doch. Ja, ja. Das soll so. Hier ist gut. Ja, super. Ja. Zell vor. Ja, steht also auf. Kann ich hier irgendwie das... Oh. Ich kann hier dran rütteln. Wie geil ist das denn? Guck mal, ich komme hier alles runter. Hey, ho. Ich bin Adrian. Ja, schön dich kennenzulernen, lieber Adrian. Du bist doch eine Ratte, oder? Nee, so eine Taube. Dein Zelt. Ich suche eine, ja, irgendwo mitten in der Natur, wo ich meinen Körper und Geist trainieren kann. Ja, wow. Ziemlich cool, oder? Großartig. Oh, gut. Schien, aber ganz schön nah. Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Okay. Was ist das Wichtigere? Und zwar in der großen Einzugsparty. Ja. Dann mal sehen. Nepp, Nepp, Pamela und Schlepp, Schlepp. Party fertig. Paluten und ich sorgen derweil für Feuerholz. Ja, na endlich. Ich mach das. Ich hab doch da schon was enttäckt. Zack, Alter. Schüttel, schüttel, schüttel. Kommt nix raus. Aber hier. Aufheben. Ah, du bist ja wie, da bist du ja wieder. Ja, ja. Nach den, ja, die hat's nach den Ästen, hat mir recht Spaß gemacht. Wie wird was ausgerastet so viel Spaß? Wenn du Feuerholz geklaubt. Was ist denn geklaubt? Hast, hab ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Sie sehen aus wie Orangen. Duften wie Orangen. Ja, sie schmecken sogar wie Orangen. Ich kombiniere ganz klar. Das sind lupenreine leere Orangen. Die Sache ist für dich ganz sicher ein Knacks. Aber nur der Vollständigkeit halber. Wenn du auf einen Baum leckere Orangen wachst, schüttel sie. Ja, hab ich schon rausgefunden. Aber was ist das denn mit den Rüben? Ich will auch hier die Rüben anbauen. Hä? Ja, aber ich hab die doch. Wenn du genug Orangen hast, sprich bitte mit dem Chef. Ein Schmaus, die Orangen hier. Ja, aber ich kann die nicht aufheben. Orange. Ach, oh. Ja, gut. Ich hab, vielleicht hab ich eben auch mich ein bisschen verdrückt. Ich hab die ganze Zeit X gedrückt. Statt Y. Bisschen blöd scheint der Typ auch noch zu sein. Redest du mit mir? Mit wem denn sonst, Alter? Ist hier noch jemand im Zimmer? Jetzt ist alles vorbei. Jetzt rede ich auf. Was hab ich denn da gerade aufgehoben? Hä? Ich kann hier einfach die Blumen vom Boden klauen. Schön nochmal die... Oh, da. Guck mal, die sind richtig nah aneinander. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn einer von den beiden schnarcht, dann krieg ich ja kein Auge zu. Fliege hier auf irgendeine Insel und dann schnarche ich mir da einer ein Ohr ab. So, hallo. Hä? Ob noch was fehlt? Nein, alle ist da. Jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Zöne jetzt hier erstmal schön. Ui. Endlich ist es soweit. Hiermit beiße ich... Achso. Hiermit heiße ich alle an. Wir sind hochoffiziell auf unserer Insel willkommen. Ja, danke. Ich hab hier schon einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber junge, 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 eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Wir als die Ersten hier sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Der beliebteste Name gewinnt. Okay. Ja, ich mach einen Vorschlag. Ich würde gerne meine Insel Paletto nennen. Das klingt doch richtig exotisch. Also, fertig mit überlegen? Ja. Jeder einen Namen. Bereit. Paletto! Erdbeerfelder, Muckigenste. Herrlich. Wie viel Fantasie ihr habt? Ganz klar. Bei solchen tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Ja, wir stimmen jetzt alle ab. Paluten war Paletto. Ja, sehr gut. Na sowas. Das ist ja ein riesiger Publikumsliebling. Alle klatschen. Also, wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Paletto. Ja, klaro. Super. Wunderbar. Dann taufe ich diese schöne Insel hiermit auf den Namen Paletto. Nun, Paluten. Mit deiner Namenswahl für Paletto hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt. Daher wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Natürlich, Herr Waschbär. Ich bin der Insel-Sprecher von Paletto. Ja, vielen Dank. Ein paar Worte für uns übrig. Ich bin für euch da. Ich bin, also bei mir darf jeder mal. Also nicht, nicht so, also jeder mal reinkommen. Also Hallo sagen. Alter, und es gibt noch einen Orangensaft. Ja, aber ich habe doch auch Hunger. Ich kann doch nicht den ganzen Tag Orangensaft trinken. Zum Wohl. Hey. So, ich bin jetzt müde. Tschüss. Ah, was für ein toller Tag. Ich sollte noch mal mit... Mann, ich will nicht immer mit dem reden. Ich kenne den noch gar nicht. Oh, Paluten. Ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich hoch. Ja, das habe ich ja auch probiert. Aber hinlegen klingt gut. Ja. Ich habe... Oh, was ist klein? Ja. Ein Blatt. Dein eigenes Feldbett. Ach so, damit... Ja, das ist super. Ja, schlaf gut, Paluten. Ja, du auch, Affe. Oh, Affe in die Koje. Ah, bei der Hotel war ich schon ganz müde. So, ich gucke mal hier. Mein Bettchen. Feldbett. Platzieren. Ah, ja, sehr gut. Oh, nee. Was war das denn jetzt? Jetzt hast du das wieder eingesteckt. Oh, nee. Ein Radio? Radio und eine Lampe. Platzieren. Ich will doch nur schlafen. Jetzt lass mich da rein. Wie komme ich in mein Bett? Ah, ich kann das auch verschieben hier. Ja, aber ich will es jetzt nicht verschieben. Ich will schlafen. Einfach nur rein. Mann. So, Feldbett. Platzieren. Oh. Soll ich ein Schläfchen halten? Ja. Ich bin so müde. Wer bist du? Warum ist jetzt hier ein Hund? So muss das laufen. Gibt dir im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Aber wen juckst? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es selbst so richtig hält. Ja, da tun sich neue Horizonte aus. Aber merkt ihr eins. Niemand kommt auf Dauer ganz allein über die Runden. Mitstreiter auf deiner Seite. Ja, ich habe ja Pamela und hier die Taube. Ja, ja, ein paar Gleichgesinnte. Danke, Mr. Hund. Ah, so ein tolles Zelt. Paluten, bist du wach? Ich hoffe, ich habe mich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ja, doch. Was ist denn los? Oh. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hast... Ja, ein Niggerchen war super. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als ein Niggerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Das war auch nötig. Oh, ich kriege irgendwas. Was kriege ich? Alter, ein iPhone? Nook-Phone. So mal. Ja, vielen Dank. Warte mal. Nicht so hasse ich. Nimm es doch bitte einmal in die Hand. So, ja, danke für mein Handy. Ist wirklich klasse. Perfekt. Dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Danke. Eine Sache. Was denn jetzt noch? Oh, was ist das? Hier ist deine... Ich habe doch kein Geld. Wieso habe ich denn jetzt 49.800 Sterne in Schulden? Zu viel habe ich doch nicht. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reif für die Insel-Paket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere mit einem brandneuen überaus praktischen Service. Nukes Meilen-Programm. Ich bin beim Lufthansa-Miles-in-More-Partner-Programm. Da bin ich auch. Verdient man Meilen, indem man hier auf Paleto einfach nur lebt? Oh, das ist praktisch. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Ja, ich bin Genießer. Ach, 9,5... Ja, aber ich habe doch keine Sterne, die hieß. Mann, Tom! Aber dass du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind du leppische 5000 Meilen. Ja, aber ich habe nichts. Okay, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss noch ein paar Dinge kümmern, ja? Danke, danke, Tom, Nuk. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Freut mich, dass du mich in diese Schuldenfalle gelockt hast. 50.000 Sternis. Warum freust du dich denn so? Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann nur tun und lassen, was ich will. Juhu! Nee, kannst du nicht. Du hast 50.000 Sterne Schulden. Okay, Leute, das war es mit Palutenspiele zum ersten Mal Animal Crossing. Wenn es euch gefallen hat, ihr vielleicht Lust habt auf mehr, lasst gerne ein Like da. Schreibt mir gerne auch ein paar Tipps in die Kommentare, was ich vielleicht besser machen kann oder was vielleicht smart ist zu tun. Und ja, habt ihr jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Habt rein. Ciao, ciao.